Eine echte Innovation. Unser neuer Referenzsensor DRT25C mit intelligenter CAT-Technologie. Mit unserer innovativen Technologie detektiert der dynamische Referenztaster zuverlässig jedes beliebige Objekt. Dabei nutzt er nicht das Produkt, sondern das Förderband als Referenz. Die Detektion ist somit unabhängig von den Objekteigenschaften. Der DRT25C wird über dem Förderband montiert und durch einen Druck auf die Teach-Taste eingelernt. Ab jetzt detektiert er zuverlässig alles, was auf dem Band liegt und sich von diesem unterscheidet. Egal ob das ein Schokoriegel, ein Keks oder eine einzelne Praline ist. Auch glänzende Objekte, unterschiedliche Verpackungen und unregelmäßige Formen sind kein Problem für den Referenztaster, denn er ist auf genau diese Anwendungen spezialisiert. Vibrationen des Förderbandes kompensiert er ebenso problemlos. Durch die Wahl des optimalen Teach-Verfahrens arbeitet der Sensor auch auf einem stark verschmutzten Förderband und nutzt dieses als Referenz. Der dynamische Referenztaster bietet viele Vorteile. Zuverlässige Detektion durch ein innovatives Funktionsprinzip. Da er mit dem Förderband als Referenz arbeitet, ist eine Neueinstellung bei Produktwechsel nicht mehr nötig. Mit der praktischen Teach-Taste ist er einfach zu bedienen. Er ist schnell zu befestigen und benötigt keine Schrägstellung. Die Kommunikation mit dem Sensor kann über IO-Link erfolgen. Unter leutze.com finden Sie mehr Informationen zu unserem Alleskönner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017